Intro Hallöchen Leute und Willkommen bei Let's Play Legend of Zelda The Minish Cap für den Game of Advance Wir sind im Palast des Windes angekommen Und äh, oh Und Ey, au, ey, oh Hm, ahahaha Und Hilfe Und ähm Schauen wir jetzt doch einfach mal, was hier so geht Na, ich kriege diese komische Rolle nicht mehr hin Äh, 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 äh Ähm, ähm, ähm Fünf Geschosse Das könnte etwas länger dauern Heute Hm Äh, 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 kann ich da eine Bombe drüber werfen? Ups Äh, äh, was tue ich? Bombe werfen Äh, okay Ah, dann, ähm, was kann ich noch tun? Nix Hm Ich könnte vielleicht einfach die Steine verschieben Ich könnte vielleicht einfach die Steine Verschieben Ja, das ist natürlich auch ein Weg Ah, ich verbitte mir hier jetzt einfach mal jeglichen Kommentar Vielen Dank So, was hat das jetzt gebracht? Achso, jetzt kann ich hier mit dem Pfeil Oder geht auch der Bumerang? Ja, geht auch Und schauen wir mal Es sieht mir nämlich fast so aus, als müsste ich den nach oben schieben Äh, mh Ha, ha Äh Wer macht denn so blöde Dungeons? Mann Das ist doch vollkommen bescheuertes Motto Ich kann die mit dem Bumerang umhauen Äh, äh, äh Äh, äh, äh Das Spiel hasst mich Das Spiel hasst mich ganz einfach Äh, ähm Ups So Und Schieb, 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 schieb Sehr gut Wunderbaaaaa Aaaa Das sieht mir ziemlich A-ha, a-ha, einfach aus So Ups, 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 ups B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ah Links, rechts, links, links, links A-ah Rechts, A Jacobs A向 Links A-ah Was ist denn das für ein saublöder Dungeon? Äh, äh Aável Nein, das kann ich hier nicht runterfallen. Oh Gott. Gehen wir doch einfach mal nach da drüben. Und Pfeil. Das sind ganz weiche Wolken. Das macht bestimmt Spaß, wenn man da oben ist. Toll. So. Aha. Dieser Dungeon macht mir jetzt schon keinen Spaß mehr. So. Hier, nimm das. Ah. Oh. Ha. Ha. Äh. Oh je, ich hab so ein ganz blödes Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bup. Äh, 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 äh. Mach Boom. Sehr schön. Da kommt was. Ich hab's gewusst. Und was kommt? Pyromagio Magi. Magi ist die Mehrzahl. Von Markus. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich mach, aua. Ich mach dich fertig. Dankeschön. Hä? Ah. Mit dem Dungeon wollten sie, glaube ich, irgendwie angeben. So. Was ist denn? Oh mein Gott. Irgendwie reicht's mir jetzt so langsam mit den, äh, lustigen Magiern hier. Dankeschön. So, zwei hätten vollkommen gereicht. Ja, ne, aber nix hier. Wir müssen gleich sechs Stück, sieben Stück, acht Stück reinknallen. Achtung, als nächstes kommen noch mal zehn. Oh, nee. Komm, ne Schatzkiste. Hui. Und was erhalten wir? Den Greifenmantel. Mit ihm kannst du fliegen. Je länger du den Knopf gedrückt hältst, desto weiter fliegst du. Aha, aha, aha. Wow, cool. Hui. Das ist ja geil. Hui. Komme ich denn da hoch? Hui. Ah. Naja. Okay. Das ist mal ein echt cooler Gegenstand. Der gefällt mir. Und? Äh. Runter? 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 Ups. Nee. Hä? Wie? Hm. Chip. Bring mich nach unten. Hey. Ich komme hier nicht runter. So vielleicht? Nee. Hm. Laterne. Nee, bringt auch nichts. Na dann eben nicht. Hui. 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 Oh, ist das schön. Das gefällt mir. Daran. Könnte ich mich gewöhnen. Ähm. Moment. Hm. Ich glaube, ich muss irgendwie auf diese Wolken. Ich habe das Gefühl, äh. Oh, ich kann auch einfach so. Ups. 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 Ui. Ui. Ups. Ups. Nee. So schon mal nicht. Ähm. Ups. Nee. Hier auch nicht. Stücke. Ups. Ups. Au. Aha. Äh. Äh. Ah, von unten nach oben. So, so. So, so. Das ist, äh, äh, das ist ja gewitzelte, dä, 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 dä. Äh, Moment. Das funktioniert doch bestimmt wie in den alten Spielen auch. Wo ist mein Boomerang? Haha. Ihr fallt immer wieder auf die gleichen Tricks rein, ihr elendigen, äh, Schleimer-Dinger. Ja. Und hopp. Ups. Sehr gut. Äh. Äh. Da erst mal rauskommen. Okay. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Ah. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und. Höp, häp, häp. Zack, zack, zack. Oh. Oh, oh. Moment, 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 Moment. Ich habe alles im Griff, ich habe alles im Griff. Ha. Du auch. Ich werde, da kommen jetzt nochmal 20.000 oder so. Nee, diesmal nicht. Sehr gut. Oh. Das wäre ein heftiger Wind. Lass dich nicht wegpusten. Okay. Ups. Bart. Spring. Ui, 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 ui. Hm, 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 hm. Dann lege ich schon mal meinen, meinen, äh, Greifenmantel an. Ups. Ah. Hm. Ups. Aha. Ihr erwischt mich nie. Ah. Roll. Und jetzt, kann ich da hochspringen? Ah. Okay. Ich habe es verstanden. Wee. Sehr gut. Okay. Dann schauen wir doch einfach mal so ein bisschen weiter. Was habe ich hier wieder? So eine... Dieses Gitter, es dreht sich bestimmt, wenn man kräftig drauf springt. Ach so. Ah. Like, like. Ha. Ich habe es gewusst. Aber nicht mit mir. Hehehe. Ups. Und. 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 Sehr gut. Peck raus. Ah. Ups. 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 Was war denn das da gerade? Hä? Oh. Geht es vielleicht noch ein bisschen schneller? Komm zurück. Komm zurück. Oh. Ha. 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 Ich lache mich fast tot. Hm. So. Also. Nach da. Nach da. Und nach da. Hier. Hier. Und hier. Und. Oh Gott. ist das umständlich. Ha. 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 Äh. Ähm. 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 Oh. Ähm. Oh. Ähm. Oh. So. Ich habe irgendwie das Gefühl. So das ungute Gefühl. Da die so weit auseinander sind. Und gerade so ganz schön in Reichweite. Ich werde jetzt wahrscheinlich hinter den Plattformen. Äh. Zwischen den Plattformen hin und her springen müssen. Schauen wir doch mal einfach mal. Ja. Natürlich. Was denn sonst? Ah. Warum tut ihr mir das an? Oh. Ah. Nein. 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 Blöde. Vögel. Dinger. Hm. Mh. Stress das. Äh. Ha. Ha. Und. Upsa. Ha. Was ist denn eigentlich mit diesem Dungeon los? Das ist. So. Jetzt einmal hier. Und lass mich raten. Genau. Sehr gut. So. Dankeschön. Hier geht's weiter. Da muss ich ein Minish sein. Hier sind viele Löcher. Hä? Achso. Hm. Da brauche ich meinen Zauberstab. Ups. Und. Ups. So. Ziehen wir das Ding mal wieder an. Ähm. Hm. Hm. Ich kann. Hm. Wenn ich das so mache. So. So. Und. So. Was sollte das denn? Hm. Dann machen wir es eben so. Mann. So. So. Hey. Sehr schön. So war das gedacht. Irgendwie. Glaube ich. So. Kann ich damit springen? Nee. Aber ich kann die Vasen verschieben. Schieberätsel. Ups. Ehm. Ups. 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 Na. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Wie kann ich so ein einfaches Schieberätsel verkacken? Und ich kann es nicht mal jetzt einfach so zurücksetzen. Wisst ihr was? Scheiß drauf. So. Gerade mal egal, blöde Schieberätselding. Ich brauche das Schieberätsel. Ah, schön. Also probieren wir doch das Ganze nochmal, weil es so schön war. Nochmal. Mal. Mal. Ich mache hier nur eine kurze Pause. Heißt ein kleiner Break in diesem Part. Ich hoffe, das letzte Mal hat euch soweit allen gefallen. Falls ja, bitte abonnieren. Bitte gut kommentieren. Bitte gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.